Die Stellung, die werde ich euch gleich vorstellen. Der eine oder andere Bekannte bei Liverpool werden... 36 Spiele in der Championship in der letzten Saison, das ist die... Van der... Versaust zusammen mit Cavaglio, der ist 19 Jahre alt von... Fulheim gekommen. Ball ist noch scharf zu diesem Spiel. Van der Brempt gegen den jungen Cavaglio... Er haut und das ist eine sehr frühe gelbe Karte. War schon überhastet. Und nachdem es das zweite Foul... Fabio Cavaglio... Zurück auf Balcetic. Fabio Cavaglio, er kann einem Leid tun... Der fehlt noch. Hat sich in der Vorbereitung ein bisschen schwer getan, aber dann... Jones das Eigengewächs im Zusammenspiel... Wow, wow, wow... Da... Spiels... Positions- und Ballbesitzspiel bei Liverpool... Spielverlagerung hinüber auf Cavaglio... Milner wartet und macht dann... den Flanken... Von nur 1500 Zuschauern... Wenn alle fit sind, wenn alle da sind... Händersen-Fabinio... Der an den Ball gestohlen hat... Leitet den Gegenangriff ein... Aber schon wieder sieben Salzburger hinter dem Ball... Sich gut zurückgezogen... Gar nicht so viele nach vorne committed... Oh, hohes Bein jetzt... Schiedsrichter winkt weiter... Und Elliott ist ein besser, intensiver... Cavaglio... Aber um ein weiteres Mal von den Akten... Auch Javi Elliott ist eins von... Amten Salzburger Kaders... Die sich zum Beispiel auf Albert Valci freuen... Da kommt Cavaglio... Vielleicht schafft er es ja mal mit Anlauf... Traut sich die 1 gegen 1 Situation nicht zu... Sich... Niko Mantel wird drinnen bleiben... Alle anderen... Werden getauscht... Milner... Einmal die Bälle zu erhalten... Weil ihn... Er ist das Herzstück... Der Urru... James Milner... Cavaglio... Der antribbelt... Das macht er gerne... Aber mehr als ein Rückpass reicht das nicht aus... Von der Brenn muss eine Saison... So an Quote geben... Liverpool... Robertson... Das ist er glücklich... Auch was... Spanier... Schildern... Wohl von Anfang an gesetzt... Sein werden... Cavaglio... Andi Ullma... Das ist Javi Elliott... Schwer... Von Fule... Das ist Javi Elliott... Der angesprochene... Sehr sicher mit dem Ball am Fuß... Der Ex-Salzburger... Der in Liverpool verblieben ist... Elliott... Oh jetzt sieht sich... Der geht sich aus... Ich meine es gegen 1 gegen Ullma... Agilität... Jugend gegen... Erfahrung... Ich glaube wir sind uns alle einig... Wenn wir sagen... Er hätte es sich verdient gehabt... Und Elliot... Gegen Fernando... Viel Raum im Mittelfeld... Zuordnung passt nicht... Elliott... Sie versuchen es... Ständig... Und das wird auch mit... Und gewähren... Den Liverpoolern den Ballbesitz... Die hin und her schieben... Links, rechts... Und das ist der Junge... Der 17-Jährige... Isaac... Mabaya... Den habe ich noch gar nicht angesprochen... Hier ist er wieder... Elliott... Mabaya... Die Seite mit einem Durchschnittsalter... Von 18 Jahren... Und sie machen es gut... In der eigenen Hälfte... Oder an der Grenze... Und Elliott... Auf der rechten Seite für Mabaya... Viel Platz... Mabaya... Ist Kiergaard einfach stehen... Mabaya... Flanke von Elliott... Mit Keita... Auch mit Minamino... Liverpool beliefert... Jetzt die Gelegenheit... Für Darwin... Nun jetzt... Elliott... Auch die Bereitung... An einem höheren... Fitness Level angekommen... Kogapula von Jürgen Klopp... Die hier ihr Viertes bestreiten... 18 Uhr... Community Shields... In Wembley... Gegen... Manchester City... Und dann... Und die nächste Gelegenheit... Für Liverpool... Verdeckt... Zweite Halbzeit... Einen kleinen... Vorabschnitt... Gelb vor Verwand... Jetzt mal... Durch die Kombination... Spielen sie sich durch... Elliott... Schuss aus der Distanz... Schöner... Flanke... Nicht schlecht... Für Minuten... Kommt fast noch... 50 Meter... Wer über den Platz verfrachtet hat... Neußenverteidiger... Speziell im... System von Liverpool... Unter anderem als Verteidiger... Auch für... Den AC Milan... Tätig gewesen... Walci... Der muss jetzt... Seine Verteidigungskenntnisse... Auspacken... Gegen HB Elliott... Durchgelassen... Mehr oder weniger... Die ganze letzte Saison... Verpasst... Aber... Und ein ehemaliger Salzburger... Einer der... Einst... 39 Tore... Erliert... Und vielleicht auch deshalb... Hat man... Den Ex-Salzburger ziehen lassen... In Richtung München... Legia Warschau... Und... Das letzte... Im Testspiel... Äh... Pardon... Im Karl Robertson... Und Firmino... Bleiben drinnen...